Hallo zusammen! Wir machen heute den Klettersteig auf den Boeh See Kurve. Der ist knapp über 2900 Meter hoch und der Klettersteig ist ein CD-Klettersteig. Der ist super schön angelegt und geht hier hinter mir durch die Wand den Berg hoch. Der Klettersteig selber hat ungefähr 200 Höhenmeter. Der Zustieg von dem Ballon-Sessellift ist nur 15 Minuten etwa und der Abstieg über den Normalweg dauert knapp über eine Stunde. Was ich empfehlen würde, ist danach noch in der Franz-Kostner-Hütte einzukehren. Dann braucht man ungefähr für den Abstieg einen Halbstuhl. Der Klettersteig hat insgesamt drei CD-Stellen und einen schon relativ schwierigen Einstieg vom Level C. Und wenn man oben ankommt, muss man noch knapp über 100 Höhenmeter machen und kommt oben am Gipfel an. Wenn euch der Klettersteig interessiert, dann schaut gerne weiter. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.